Philipp und Jessica haben Gefühle füreinander. Doch bislang gehen sie diesem Thema aus dem Weg. Bis jetzt. Der Chefarzt und die angehende Krankenpflegerin kommen sich näher. Philipp, Jörn Schlönfugt, hat sich in seine Auszubildende Jessica, Nina Enzmann, verguckt. Was er nicht weiß. Sie liebt ihn auch. Eigentlich keine komplizierte Sache, oder? Nicht ganz. Liebe liegt in der Luft. Irgendwie wollen es die beiden einfach nicht zugeben, dass sie mehr sind als nur Kollegen. Philipp versucht weiterhin cool zu bleiben und Jessica indirekt zu vermitteln, dass er ihr Chef ist. Jessica ist die gesamte Situation peinlich und hofft, dass man ihr ihre Gefühle nicht anmerkt. Küssen sich Philipp und Jessica? Doch ihre Liebe ist stärker als die Zurückhaltung. Philipp und Jessica kommen sich endlich näher. In einer RTL-Mitteilung heißt es, sowohl Jessica als auch Philipp glauben, ihre Gefühle füreinander unter Kontrolle zu haben. Als Philipp die Stationsbelegschaft zum Konzert im Mauerwerk einlädt, finden die beiden sich plötzlich in einer romantischen Situation wieder. Küssen sich Philipp und Jessica? Die neue Folge ist am 28. November ab 19.40 Uhr auf RTL plus Sternchen abrufbar.